Das ist die Leonorenklinik im Odenwald, Lindenfels, Wintergarten. Je nach Status wohnt man entweder hier, in diesem Bereich, da vorne ist die Rezeption, oder wie schon gesagt, je nach Status hat man seine Unterkunft. Und ich habe halt hier gewohnt, in diesem Haus. Wie gesagt, je nach Status. Hier ist die Eingangsstraße, dann geht man zum Entladen da vorne hin, vorne da in dem Haupteingang ist auch die Rezeption, und dann bekommt man halt gesagt, wohin man muss. Und wie schon erwähnt, mich haben sie dann hier verfrachtet. Das war nicht schlecht. Ich hatte fünf Nachbarn, alles Frauen, also habe ich mich einigermaßen wohl gefühlt. Hier haben sie mir ein Fahrzeug zur Verfügung gestellt, damit ich halt auch den Wald erkundigen kann. Weil zur Zeit kann es passieren, dass der Wald noch mit Schnee bedeckt ist. Okay, das war's. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.